Die 6c des Stiftergymnasiums, musikalischer Zweig, hätte jetzt eigentlich Chorstunde. Aber das schwänzt ihr. Das ist problematisch, oder nicht? Nein, wir verstehen das eh. Die hochen uns zu, genau. Aber ihr singt jetzt eh bei uns auch was. Diese Schule, das Stiftergymnasium, Ines, das ist ja eine Schule, da sind ja durchaus prominente Menschen gegangen in Sachen Musik, oder? Ja, also zum Beispiel der Baldwin-Solzer. Ja, der Kabin-Meister, Komponist. Genau. Und der Franz Welser-Möst. Oh, Direktlinz, Gabi, Neujahrskonzert. Keine Frage. Und was werdet ihr mal, Florenz? Ja, also ich würde gerne Künstler werden, Schauspieler. Das kann man doch auch lernen. Ja, also in unserer Schule lernt man eher singen und musizieren, aber ich mache nebenbei auch noch Schauspiel. Du hast einen Schal an, in geschlossenen Räumen, also du kannst Schauspieler werden. Du hast schon den lokalen Schauspieler, oder? Ja. Die 6c kann angeblich gut singen. Ja. Ihr seid die beste Klasse von der ganzen Schule. Richtig. Ja, das werden wir dann sehen. Sollen wir den Lehrern, den Musiklehrer vorher oder nachher grüßen? Machen wir das jetzt. Lieber jetzt, falls es nicht gut ist, ne? Wir grüßen, Herrn? Ja, wir grüßen den Herrn Professor Würzburger, danke, weil der hat das mit uns einstudiert und war voll dabei von Anfang an. Ja, und danke. Dann sind wir jetzt sehr gespannt. Dann darf ich euch da hinüberbitten zu den anderen und würde sagen, die Johanna ist die Frau Dirigentin, Chorleiterin. Bist du eigentlich älter als die anderen oder besser oder gescheiter? Nein, wir probieren es einfach. Nein, wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Auf drei, eins, zwei, drei Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017